Wenn ich groß bin, dann wäre ich arm. 304.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich von Armut betroffen. Essen, Kleidung, Möbel, Strom, Spielsachen, es fehlt an allem. Welche Ausbildung werden sie absolvieren? Welchen Job werden sie bekommen? Wie wird ihr Leben verlaufen? In Wiener Neustadt ist mit Armut bei Kindern und Jugendlichen jetzt Schluss. Denn Stadt und Volkshilfe setzen sich mit der Initiative Kinderzukunft für die nächste Generation ein. Auch sie können helfen. Durch ihre Geld- und Sachspenden werden Kinderzimmer ausgestattet, Ferienaktionen organisiert und Kurse bzw. schulische Aktivitäten finanziert. Bitte spenden Sie jetzt.